Jemand hat mal eine Bananenschale auf meine Schwester geworfen und Affengeräusche gemacht. Deswegen schmeiße ich die Bananenschale wieder zurück. Ja, da hast du deinen Salat. Einen ganzen Tag nur gelbe Sachen essen und trinken. Erstmal habe ich eine Banane gegessen und Bubble Tea getrunken. KFC durfte auf jeden Fall nicht fehlen, ne? Pommes, lecker schmörden. Und dann dachte ich mir so, komm, hol dir mal ein Smoothie. Das war eine reine Geschmacksexplosion. Ich konnte mich nicht entscheiden, das war so lecker. Habt ihr schon mal gelben Breis gegessen? Naja, ich schon. Ich habe mich dann alleine auf die Treppe gesetzt, weil ich keine Freunde habe. Das Beste kommt zum Schluss, ne? Oder seid ihr Team Pura oder Fonza?